der der lässt sich mit versuchen auszutricksen ich kann nichts mehr tun mit dem reaktivieren die androiden reaktivieren unmöglich bei dem kannst du so knicken ich habe keine ahnung es hilft mir alles nichts das hilft mir alles nichts geil ich kann nichts machen das sehe ich einfach irgendwas er zeigt mir zwar hier kann ich sachen machen wie kann ich nicht mehr machen ich kann die scheiße nehmen natürlich auch nicht so viel wird wird ist mir das der typ könnte mir wird sagen aber der hat mir der will mir nichts mehr sagen und wie soll ich den ausdrückst wie ich habe keine ahnung ich spiele noch mal das video ab von marcus ich weiß es nicht kann sehen dass wir das wieder irgendwie zeigen oder was weiß ich mit dem stimmprobe aha wir fordern anerkennung unserer würde unsere hoffnungen und unsere rechte kopie die stimme ach du scheiße warte aha wer ist da marcus ach so gott es ist alles in ordnung keine sorgen ja bist du das ja jetzt wird alles gut ich werde dich nach hause sag mir wo ich jericho finde wir müssen los wo du jericho findest ja 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 natürlich ja natürlich ist das du marcus verlass mich nicht marcus hast du jetzt der jericho davon träume ich seit ich dich zum ersten mal gesehen habe tun sie das nicht gärten ich weiß wie man die abweichler stoppen kann du bist raus und jetzt mache ich es endgültig jetzt erst mal kawatte richten Alka... Hier hat wohl jemand rumgeschniffelt. Scheiße. Drück den Alarm! Schnee! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oha! Ist klar wie viele Möglichkeiten gibt es hier. Con hat Gavin Kohl geschlagen. Na ja gar nicht. Ah oder wahrscheinlich Bluthund. Oder wahrscheinlich Gavin hat Connor getötet. Wahrscheinlich. Kann auch sein. Boah Leute. Person der Jericho finden. Da gibt es halt auch tausend Sachen. Alter. Körper von Carlos Androiden. In folge Szene gestorben. Achso. Körper von Carlos Androiden? Daniels Körper. Und was weiß da gar nicht noch alles. Boah ey. Okay. Ein Giant hat jetzt der Connor. Aber die Position von Jericho. Okay. Okay. So. Amanda misstraut. Scheiß auf Amanda. Hank befreundet. Okay. Fauler und Herr... Achso. Fauler. Okay. Genug Beweismittel. Sind wir zu bald mal bei der Grenze? Oder wird das hier los? Mit welchen können wir sie reden? Was kann ich jetzt hier machen? X. Ah. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Hürden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich Beunruhigeste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte zwei Drittel ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Eieieiei. Kann ich jetzt auch irgendwas machen? Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Das ist so bescheuert. Wir sind fast da. Marx hat die ganze Zeit alles pazifistisch gemacht und die Bayern einfach jeden über den Haufen. Er ist ja so bekloppt. Okay. Was machen wir hier jetzt? Wo sind wir hier? Grenzenmäßig? Oder wird das hier? Ach nee, wieso? Ich finde Jericho. Oh. Dann. Okay. Oh man. Wir hätten uns doch alle getroffen. Irgendwie dann. Fuck. Wenn der Markus noch leben würde. Oh nee. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter. Hammens Jericho. Wenn ihr dort seid sucht, Markus. Fuck. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicher. Oh Scheiße. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken. Bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Pass auf sie auf. Na los Leute. Übereilen wir uns lieber. Oh mein Gott.